Musik Hallo liebe und liebe Freunde, herzlich willkommen zurück auf der Mapp Botrop in der Version 2.5. Heute möchte ich mit euch die Linie NE21 vom Oberhof Hauptbahnhof nach ZOB Berliner Platz fahren. Gefahren wird der MAN Line City DTF. Ich wünsche euch viel Vergnügen. So, gucken wir mal. Hier ist keiner. Okay, dann machen wir die Türen mal zu und fahren schon mal los. Nächste Haltestelle, Feuerwache. Zum Arbeitsamt bitte hier aussteigen. Nun hat er mir nicht gefallen hat. Wenn wir die Türen malком, dann verbernelle. Das ist ja ein paar verschiedene Türen mal zu sein. Nu haben wir es. Dissend sind es die Türen malzulein. Dann nehmen uns die Türen mal zu gehen. I Caregri. Also, ich würde mit dir mal zu sein. Das ist nicht alle. Die Türen. Das war das guten Zug Fülle, aber ich sehe es da drüben. Ich sehe es da drüben. Ich sehe es da drüben. Nächste Haltestelle, Feuerwache. Zum Arbeitsamt bitte hier aussteigen. Achja, irgendwas haben sie ja mal zu machen, nicht? Ich sehe es da drüben. 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 Es ist da drüben. Weiter geht's. Nächste Haltestelle, Lipperfeld. Diesmal halten wir nicht unten drunter, sondern oben drauf. Noch hier leider keiner. Also, weiter geht's. Nächste Haltestelle, Neue Mitte Oberhausen. Zum Zentrum bitte hier aussteigen. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Langsam haben sie kein Licht. Können sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Okay. Die Heizung ist übrigens an, aber macht nichts. Kann heute auch nichts dafür, dass es so kühl ist. Also, die haben heute aber auch wirklich nur was von Meckern, ey. Halleluja. Nächste Haltestelle, Olga Park. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn in Richtung Stärkrade Bahnhof. jetzt nach dem Stärkrade Bahnhof. Bleib und aktivieren die Heizung für die Heizung. Alle Zeitgaben sind in der Wärme Hall. Sie wollen, was Sie liefern waren, Säger, Frau Park. Inhalb der Haltestelle, Inhalb dieser Haltestelle, all die Heizung der Wärme Hall. Angela Park. Man kommt sich vor, jetzt werden wir hier einen Zeit-Tunnel rein. Na, wenn man keine Damen hat, nein, dann halt nicht. Nächste Haltestelle, Hittekindstraße. Das ist ja unglaublich, der hat da seinen Führerschein gewonnen. Ja, Manfred. Und nein! Ihr habt nicht gesehen, dass die Busampel rot war. Poi, aus! Das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Manfred. Manfred. So, leider auch keiner. Weiter geht's. Nächste Haltestelle, Oberhausen-Osterfeld-Süd-Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr nach Bottrop, Dorsten und Oberhausen-Hauptbahnhof. Bitte achten Sie auch auf die wörtlichen Anzeigen am Bahnhof. Und dann haben Sie auch ein Riecht hier. Der Nächste, der mir auch nicht erklärt. Wie will ich euch denn noch machen? Soll ich vielleicht noch ein paar Halogen-Scheinwerb mal im Bus einbauen? Ach nee, dann beschweren Sie sich wieder zu warm. Nächste Haltestelle, Kickenbergstraße. Und wir haben ein altes Signal. Und müssen wir wieder warten. Und wir schauen uns mal. Und weiter kann es gehen. Nächste Haltestelle, Koppenburgstraße. Nächste Haltestelle will wir parken von der Ort und wir haben ein Haltesignal. Nächste Haltestelle ist ein Haltesignal. Nächste Haltestelle ist ein Haltesignal. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle ist ein Knappschaftskrankenhaus. Nächste Haltestelle ist ein Haltesignal. Und da haben wir auch mal wieder ein Fahrgast. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß, dass die Busampel eigentlich rot war, aber wir haben schon Verspätung. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nächste Haltestelle ist ein Heidenheck. Und dann haben wir hier vorne schon wieder eine rote Ampel. Tja, was soll man machen? Kann man nichts machen, muss man gucken zu. Nächste Haltestelle ist ein Haltesignal. Oder? Ich weiß nicht, was es muss für unsE appellieren. So, Herr Rentspot, das wird. Das ist ein Haltesignal. Ranglos kann ohne W stated sein, aber es wird wahnsinnig. Nächste Haltestelle, Nordradstraße. Naja, leider auch hier keiner, also geht's weiter. Nächste Haltestelle, Bottrop Pferdemarkt. Hallo Manfred. Nächste Haltestelle, Nordradstraße. Nächste Haltestelle, Bottrop Zentraler Omnibusbahnhof Berliner Platz. Diese Linie endet hier. Umsteigemöglichkeiten zu den übrigen Linien Richtung Kirchhellen, Dorsten, Bottrop, Hauptbahnhof, Oberhausen, Gelsenkirchen und Essen. Endstation, bitte alles aussteigen. Nächste Haltestelle, Nordradstraße. Nächste Haltestelle, Nordradstraße. Okay. Shalom. Okay. So, liebe Umsiedfreunde, damit hätten wir es mal wieder geschafft. So, einmal zu spät, aber sonst eigentlich alles gut.